Moin, willkommen in Uelzen. An diesem Abend Ende September 2024 hatte ich hier unerwartet einen längeren Aufenthalt auf dem Bahnhof. Uelzen liegt an der Hauptstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Hier fahren viele Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und dem Süden Deutschlands. Außerdem werden zurzeit die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin wegen Bauarbeiten über Uelzen und Stendal umgeleitet. Ebenso kann man viele Güterzüge auf dem Weg von und zum Rangierbahnhof Maschen beobachten. Am Schluss des Videos könnt ihr Bilder vom Dynamic Stopf Express 094X sehen. Diese Stopfmaschine war neben Gleis 103 abgestellt. Und nun viel Spaß beim Ansehen. Wir sind um Entschuldigung gekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.